Ich probiere es nochmal mit einem Voltilamm. Ich weiß, es ist blöd, aber hey, man kann hier mal... Manchmal muss ich mal Katzen. Habbieb! Ja, blieblablabla, dann kommt man schon wieder ein weibliches Teil. Einmal versuchen, ein paar Mal versuche ich nochmal. Manchmal... Manchmal treibt mich da immer so eine höhere Kraft an, Dinge zu versuchen. Ihr habt alle keine Lebensberechtigungsbescheinigung. Ach, wie der Webcam darf ich ihm doch nicht üben. Äschler! So. Ist doch scheiße, Mann. Nochmal, noch zweimal. Wenn mir das nicht ankommt, dann... Dann... ...werde ich wirklich offscreen versuchen müssen. Mann, 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 Mann. Aha! Gut, dann versuche ich das offscreen. Weil manchmal ist das auch wirklich ein bisschen blöd. Wenn ihr wollt, dann... ...dann ich doch... ...schat esse, Mann. So. Hallo. Oh mein Gott. Und... Und... Und ich sollte mir irgendwann nochmal Pokébälle besorgen. Also mehr. Ach, die paar Stück. Ich glaube ich vier oder fünf Stück. Drei oder vier Stück hab ich noch. Noch zwei Superbälle. Tut nicht die Sache. Dann machen wir weiter. Jedes Mal machen wir weiter. Ach, mein Gott. Zu weit, ne? Nee. RUNTER VON MEINEM HASEN, ODA ES GESCHÜHT DER UNHEIL! Oh Gott! BIDDUHOR Intimidial Bam! Oh.. Verstander! Warte mal... Hm.. dann wird sie besiegt, na? Ja ich wollt das Ding fangen aber also... Will nicht, ne? Ich bin hier ein bisschen zu stark. Obwohl, ich könnte ja... Ach, aber vergiss ich nie. Weiß ich, lass es sein. Ja, ich weiß, Kleinstein. Wir alle lieben dich sehr. Aber, da ihr alle keine Lebensberechtigungsbescheinigung habt... Boah, ich bin ein Geist. Fürchte dich. Siebos, sieboscholl Verwirrt meine Pokémon. Ich bin wirklich, ich bin dabei ziemlich drüber aufgerechnet. Ich liebe mich angepiss, deswegen. Und so, ja. Oh, ja, Spuko. Oh, sieh nicht aus. Ein Swami. Ich bin... Nein! Kleinstein! Ich hab mein Poison! Smog! Ich dulde hier keine Raucher! Sieht das so gut aus? Ich weiß nicht. Ja, ich muss das nochmals lernen mit der Webcam. Kleinstein! Wo war er? Vergiftet! Felswurf! Feinden nichts! Ich werde weiter leiden müssen! Felswurf! Unnötig, aber geil! Ja! Leber 18! Yeah! Warte mal einfach, weil wir es können! Soldat! Level 7! Gehen! Mein Gott! Immer falsch! Gehen Level 12! Ja! Wir machen jetzt einfach mal! Wo ich ja eh ins Pokerz sind darf! Blut! Blut! Vor Wut! Gibt's die Glutwut! Wut! 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 Verbrannt! Das Grausamste! Krede! Wut! Schwierig! Schwierig! Gibt's doch gar nicht! Wut! Wut! Verbrannt! Weiter! Heidee! Tadadada! Wut! Ja, okay! Die Atmung! Die Atmung! Die Atmung! Oh Gott! Ich muss mir mal Schutz kaufen! Das werde ich auch gleich auf die Stelle tun, weil er erzählt, er erzählt, er erzählt, wie oder sie ich die mal wieder? Hallo! Oh Gott! Mann, 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 was hat das für eine Marschiererei hier ist! Und all die wilden Pokémon! Die mich trägern und nerven! Na hier mal! Unlabel! Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du kannst doch alles scheiße! Die Spawnrate, die sie Encountererei, die ist einfach... Tausendfach überhöht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, ja. Na, ich nehm mal vielleicht immer so anderthalb Stunden auf. Ungefähr, so circa. Voltilam wahrscheinlich nicht. Ja, würde Pokémon die Nerven wie Sau. Das kann doch nicht wahr sein. Man-nu-meter. Ach, Mann. Ja, muss ich grad. Und so, Gelenke und so. Manchmal knackt da wat. Manchmal ist da wat. So ist es halt. So, ist aber. Tja, wollte ich nicht irgendwann... Hab ich nicht irgendwann mal... Hab ich nicht ein paar interessante Themen über dich... reden könnte? Außer Pokémon? Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir ja noch was ein, worüber ich mal quatschen könnte. Mann, Mann, Mann. Von dieser ganzen... Männerstimme. Von dieser Stimme hier. Hab ich mittlerweile so'n katzigen Hals. Aber ich sag mal so, um meine Stimme kümmere ich mich eh nicht. Ja, warum denn nicht? Mir ist es egal, ob wie... Oh, warum drück ich immer Tasten, die ich nicht drücken sollte? Äh, weil... Was wollte ich denn immer sagen? Äh, meine Stimme, genau. Das geht, Frau... Hab ich schon was? Ich kann nicht... Man nimmt mal zwei Stück. Man kann ja nicht wissen. Und dann... Haben wir noch irgendwie... Woodmail... Defend Awakening... Also Aufwecker, Paralyseheiler... Gegenheb... Flutzeile Potion... Nö. Also dieses Schutzteil... Hab ich einfach nicht. Verdammt nochmal. Und ich dachte, wir hätten das hier. Die hätten das nicht mal ein Angebot. Oder ist das Absicht? Dass es hier was hier nicht gibt. Dass man sich die 3 Milliarden... Hoch-Grayhams-Zahl... Wilde Pokémon... Pro Quadrat-Nanometer... Hier durchprügeln muss. Ich glaube, jetzt zum Beispiel... Grayhams-Zahl... Kennt jemand die Grayhams-Zahl? Grayhams-Zahl... Das ist die... Größte jemals in einem mathematischen Beweis... Verbündete Zahl. Und das heißt, die Zahl ist so riesig... Und das stimmt tatsächlich... Die so riesig... Die kann man... Einfach nicht normal darstellen. Selbst wenn... Das gesamte Universum... Tinte wäre... Alles Universum... Die ganze... Alle... Alle Materie... Tinte und Papier wäre... Die Zahl... Die so riesig... All diese Materie... Die würde nicht ausreichen... Um diese Zahl überhaupt darstellen zu können. So viele Stellen hat die Zahl... Die wird deswegen vereinfacht... Als... G64 dargestellt. G-64... Was ist mit G-64 gemeint? Ja... Sagen wir's mal so... G-64... Da muss ich man natürlich erläutern... Da sehe ich die... Erläutern... Ich muss mal die Anlage... Ein bisschen... Leiter drehen... Weil... Leiter drehen... Weil sonst... Man... Sonst würde ich richtig lauter... Als nötig gewesen wären... Ja so... Ehm... Ding Star... Die wilden Pokémon lenkt mich manchmal ab... Was ist denn... Das 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 ist denn... Oh Gott... Level 5 ist... Schneller als ein Kleinstein... Du... Fick dich... Mann... Fick dich... Fick dich... Das ist das... Was ist denn... Du... Hörst du? Hey... Dann... Näm... Näm... Däudern... Wie ist denn... Du... 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 Vier... Wann die... Du... Wann... Was ist... mit 3 mal 3 9 nur mal 3 27 ich verwundere vor allem weit und breit und auf die Uhr pokémon Schossner Punkt auch noch heute auch auf dem Ausschuss und ich nun mal ein Sammler-Rivale die neue Regierer drei Euro das dreigen Jahr 27 Prozent also der Nähe 3 hoch 3 3 hoch 3 3 hoch 3 hoch 3 das schon 27 mal 3 wieder Konfusion ich werde eh gleich verwirrt wegen der Wutattacke Schiff ja heute nur rum du Sau so ne 3 hoch 3 hoch 3 Rames Zahn woher da sagen die Potenzial da gibt's noch diese Regeln potenzieren ne 3 hoch 3 hoch 3 da kann man so interpretieren in Klammern also 3 hoch 3 in Klammern also Klammer auf 3 hoch 3 Klammer zu hoch 3 oder 3 Klammer auf 3 hoch 3 Klammer zu das ist ein Unterschied das ist wirklich ein Unterschied das sind 3 Klammer auf 3 hoch 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 3 ein bisschen aller Ewigkeit hoch 3 sozusagen das kann man natürlich nicht so wirklich vernünftig darstellen denn das ist so ein riesen also ihr wisst was ich meine denn riesen fetten Kilometer hohen Potenz Turm und das wäre also nicht Kilometer auch aber das wäre das hätte einfach gigantische Außenmaße na das wäre ja Storbladiert auf Kosten meiner Gesundheit ja so Union Cave Einheitshöhle ja natürlich die Gremszahl man hat sich da die dafür entschieden eine Pfeilschreibweise einzuführen Pfeilschreibweise das heißt also Pfeil 1 so G1 G1 das wäre wenn man zum Beispiel sagen wir mal 3 die Zahl 3 ich die ist Ausgangsphasis für Gremszahl 3 hoch 3 sind ja 27 das wäre G1 3 hoch 3 erstmal hier was tut du hier ah du bist hier um meine unglaublich wunderbaren Sätze am Pokémon zu stellen nun ich werde dir jetzt niemals bekommen lassen also weil ich wahrscheinlich nie bekommst die Wiener sich hierher ist Lütter 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 Pflanzen Pokémon dann kann ich ja mal ein bisschen mal wieder einsetzen Lütter 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 G3 Ich kann euch nicht mehr sehen, ihr kleinen Schweinssteine! Zwift! Die Programmiersprache von Apple! Ich hab doch verdammt nochmal gedrückt! Mann, die Steuerung ist so verfickt scheiße! Tja... Stink dir, du Schweineschweins! Du bist ein verficktes Schwein! Du Schweinstein!